Herzlich willkommen zu unserer Miniserie Style Up gemeinsam mit David Tomaszewski Folge 1 von 4 dürft ihr euch heute gemeinsam mit uns gönnen und das Thema ist die ersten Sonnenstrahlen. Ja, hoffentlich kommen sie bald. Was dürfen wir denn dann tragen, David? Wir haben den perfekten Look kreiert für die ersten Sonnenstrahlen. Farbe, Farbe, Farbe in tollen Lime Green. Ganz wichtige Farbe bei ganz großen Modehäusern. Kombiniert mit tollen blauen Nuances. Die kann man wahnsinnig toll kombinieren mit ganz vielen Farben von Gelb, Weiß und auch im Sommer mitnehmen. Sie können das so ein bisschen hoch stylen, so ein bisschen bunter. Man konnte tatsächlich dazu Weiß auch anziehen. Man muss auch nicht so farbenfroh. Mein absoluter Hingucker für die ersten Sonnenstrahlen ist diese perfekte Jacke. Also, falls ihr vielleicht auch so einen tollen Look kreieren wollt, David ist ein LSD bereit.